Hier noch die versprochene Aussicht aus meinem Video Teterow im Umland. Damals hatten wir ja ganz schlechte Sicht, weil es bewölkt war und geregnet hat. Aber hier jetzt eine tolle Sicht über Teterow und das Umland. Ihr könnt euch das Video auf meinem Kanal anschauen. Das seht ihr dann alles über das Umland von Teterow und hier die versprochene Aussicht im Nachhinein. Hier drüben liegt Teterow.